Glauben Sie, dass es genügend Beweise für unser Eingreifen gibt? Was, wenn Percival recht hat und Rebellen dahinter stecken, bleibt uns keine Zeit, hier rumzusetzen. Der Rat hat sein Urteil gesprochen. Es gibt nichts mehr zu besprechen, dieser Oren. Wir sollten wenigstens Informationen sammeln. Die Regierung wird sich darum kümmern. Vater, der Oren darf nicht untätig bleiben und die Halbblüter dulden. Du kannst nicht leugnen, dass etwas Wahrheit in dem steckt, was Percival gesagt hat. Bedenken Sie, wo Ihr Platz ist, Lady Craig. Wer sind Sie, dass Sie die Weisheit des Rates anzweifeln? Ja, Lord Kanzler. So, dann gehen wir da weiter. Nein, das ist abgesperrt. Dann können wir nur geradeaus gehen. Es wäre mir eine Ehre, Ihren Jungen zu tun. Kaufenflug zu sehen, meine Lords. Sir, lücken wir nicht da. Wenn Sie erlauben, meine Lords. Natürlich. Alistair, du weißt so gut wie ich, dass mein Chapel der Schlüssel für diese Unruhen ist. Für alles. Meine Meinung ist bedeutungslos. Der Rat hat gesprochen. Wenige haben sich den Wünschen deines Vaters widersetzt. Muss ich dich erinnern, dass wir alle dem Lord Kanzler zu Diensten sind. Du bist der Ritterkommandant. Bring ihn zur Vernunft. Hältst du das Eindringen in eine Rebellenfestung für vernünftig? Es ist ein akzeptables Risiko. Eines, für das du bereit wärst, die Verantwortung zu tragen, wenn unvorhersehbare Umstände eintreten? Alles, was uns zustößt, verantworte ich niemand sonst. Whitechapel bleibt unangetastet. Zumindest offiziell. Vielen Dank, Sölle Können. Deinen Dank brauche ich nicht. Bring mir Ergebnisse. Wie der Ritterkommandant es wünscht. Und wir gehen rein. Ausgezeichnet. Wann geht's los? Es geht doch nicht um Whitechapel. Aber mein Bruder hat uns einen Aufklärungseinsatz zugestanden. Sichert das erforderliche Material, Isabeau, auf ein Wort. Sagen Sie, Monsieur, der Lord Kanzler. Was gibt's, Marquis? Sir Lucan und Lady Ygrin wurden von ihm adoptiert. Das stimmt. Wieso bringt er sie derart in Bedrängnis? Vielleicht um sich den Anschein der Menschlichkeit zu geben, die er verloren hat. Als sie dem Orden beitreten sollten, hatten sie die Wahl. Und trotzdem, meine Kinder sollten so ein Leben nicht führen. Marquis, beeilen wir uns. Oui, mon général. Avec plaisir. Monsieur. Freund Mallory hatte immer schon seine eigenen Methoden. Ich kenne keinen besseren Mann. Trotzdem, ich verlasse mich auf deinen mäßigenden Einfluss. Sebastian und ich waren lange Partner. Ich vertraue ihm blind. Ein wenig Zurückhaltung könnte nicht schaden. Pass auf meine Schwester auf. Bitte. Niemand im Empire kann Isabeau schützen, wenn sie sich was in den Kopf setzt. Das ist wahr. Was soll ein Bruder tun? Viel Glück und viel Erfolg. Stehst du in den Diensten, Sir Galahad? Okay. Folge Tesla. Ah, Tesla. Wie gerufen. Ist das der Tesla? Der Wissenschaftler? Ich glaube, es gibt einen, der so heißt. Ich habe gar nicht gewusst, dass der in der Zeit gelebt hat. Ah, das schaut cool aus. Wirklich. Ahaha. Schaut euch das an. Den Boden. Wirklich. Lauter Details. Das macht ein Spiel aus. Wirklich. Das macht es wirklich aus. Diese Details. Das ist unglaublich. Ich gehe schon weiter. Keine Angst. Ich will es nur wieder... Ich bin fasziniert. Wirklich. Sie haben alles rausgeholt, glaube ich, was in einer Playstation 4 drinnen steckt. Apropos, wie spielen sie auf der Playstation 4? Das habe ich auch nicht gesagt. Das sage ich Ihnen nicht. Ein paar faszinierende Dinge, wenn ich sagen darf. Gibt es was Neues zu dem Ärger auf dem Grossvenusbril? Die Polizei ermittelt. Und ermittelt. Erlauben Sie mir ein paar meiner Experimente zu überprüfen. Solange schauen Sie sich um. Sehen Sie sich ruhig alles genau an. Aber vorsichtig. So, dann gehen wir mal vor. Schauen wir uns mal sein Labor an. Genau, schauen. Okay. Da haben wir was. Thomas und ich reden nicht miteinander. Thomas Edison. Warum? Sir Galahad. Kommt da immer mal um. May the best may win. Möge der Beste gewinnen. Okay. Your friend Thomas. Der hat ihn da angemalt als Teufel. Oder was weiß ich. Als Lucifer. So, schauen wir da mal. Ja, ich komme dann schon. Bitte macht es mich nicht fertig. Was ist das da? Papag. Ziemlich antik. Kannst du glauben, dass wir diese Kommunikatorin mal benutzt haben? Sir Galahad. Ja, ich komme dann eh. Okay, gut. Da können wir nichts machen. Das macht er da hinten. Na. Arbeiten. Schaut cool aus. Da können wir noch was. Okay. Sir Galahad. Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe auch keins. Was soll das darstellen? Nikola. Das ist schlauer und... Okay. Sir Galahad. Was auch immer das bedeuten mag. Ich weiß es nicht. Schauen wir da mal nach vorne. Okay. Was auch immer da drinnen ist. Erkennen tun wir es nicht. Also ich erkenne nichts. Da gibt es einen Schießstand. Leihwan. Da können wir dann schießen. Schießen, schießen, schießen. Kriegen wir eine neue Waffe vielleicht. Ah, da ist sie. Komm rein, den Kanker. Die Tesla-Spule. Schießen, schießen, schießen Sie auf was? Sir Galahad. Ja, ich komme da nähe. Warte jetzt. Achso, ich muss eh da nach hinten. Okay. Was hast du denn für mich? Bitte, hier entlang. Ja, ich bin ja eh schon da. Soll ich das jetzt nehmen, was da liegt? Ah, okay. Das hier könnte Sie interessieren. In diesem Gerät können Sie Edisons ineffizienten Gleichstrom in meinen überlegenden Wechselstrom umwandeln. Riecht praktisch zum Überladen und Ausschalten bestimmte elektrische Systeme. Elektrische Systeme. Okay, gut. Also auch... Da gibt es einige Fehler. Okay. Okay. Ja, den hätte ich gerne. Okay. Wenn das Gerät darin richtig ausgerichtet ist, ist das Gerät einsatzfähig. Okay. Versuchen Sie es. Okay, man gibt es da rein, okay. Ah, okay. Und wahrscheinlich muss ich das dann genau dann stoppen, wenn das da drinnen ist. Okay. Okay. Achso, man muss das gedrückt halten. Okay, okay, okay. Hier ist eine neue Waffe. Bitte. Also Sie gehen zum Skistand, cool. Yeah. Schaffschützenkarabiner Essex 84. Beeindruckend. Sie hatten immer ein Auge für Handwerk. Ich habe ihn mit einem Teleskop wie Sie ausgerüstet. Ideal für Distanzschüsse. Ich wäre geehrt, wenn Sie ihn testen würden. Okay, ich teste es. Mit dem größten Vergnügen. Mit dem größten Vergnügen testen wir das. Schaut cool aus. Auf jeden Fall. Okay. Nur mal nachladen. Yeah. Okay. Ein guter Schuss. Kann man auch irgendwie die Luft anhalten? Kann ich irgendwie... Ah. Mit R3 kann man ranzoomen. Okay. Ah. Ihr Können erstaunt mich immer wieder. Ja. Ja. Ein Schalldämpfer würde ihn perfekt machen. Ich kümmere mich sofort darum. Und würden Sie gerne meine anderen Kinder kennenlernen? Verlockendes Angebot. Aber ich muss zurück zu den anderen. Natürlich. Oh. Das Molekula, das General Lava jetzt bestellt hat, liegt dort drüben. Auf dem Tisch. Er wird es bekommen. Ja, auf jeden Fall. Ah, okay, gut. Das will er haben. Okay. Habe ich das jetzt mit? Das Scharfschützengewehr? Wir gehen paarweise vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Öffentlichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas. Mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle, erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Tue eines Tages. Denkt dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Jenen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lucaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halbblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General? Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Und dann geht's auf in die Schlacht, würde ich sagen, oder? Passt auf euch auf, alle. Dies wird kein leichter Gang. Ein Hort von Taschendieben, Kollaboratoren und Zuhältern. Früher war das einmal ganz anders. Fünftein Tag im Oktober 1886, Wichu-Bezirk, okay. Ein Rückzugsortführer. Okay, einfach da runter. Cool, da kann man wieder laufen. Ich bin schon von meiner Zeit. Die Stadtmauern standen noch nicht. Tja, man kann Whitechapel riechen, bevor man es sieht. Nicht so, wie es mal war, Sebastian. Stimmt, der Orden am allerwenigsten. Okay, wartet. Okay, da kann ich nicht durch. Muss ich unten gehen, oder was? Pass auf dich, ja, passt du auf dich auf. Muss ich mal eher sagen. Oh, das war laut. Okay, wir müssen doch auf. Ihr entlang, Monsieur. Jupp. Fettes. Hatte das gesehen? Gibt's noch was? Die Asche ist noch warm. Jupp. Scheint so. Es raucht sogar noch. Ah, schaut mal. Die Asche, die glüht sogar. Ich hoffe, man sieht das richtig. Lavant. Wirklich gut gemacht. Okay, gut. Verlassen wir ihn. Okay, sonst gibt's hier drinnen nichts. Gehen wir weiter. Ja, runter hier. Okay, interagieren. Ja, schaut eh gut aus. Okay, interagieren. Was muss ich jetzt machen? Ah, hauen wir sich jetzt auf den Kopf. So, er zwei, okay. Volltreffer. Headshot. Sehr gut. Sehr nice. Okay, okay, okay. Da kann man nicht interagieren, da kann ich auch nicht einschreiten. Gehen wir mal runter. Okay, na, vielleicht schuldet er ihnen Geld. Ich hab keine Ahnung. Gehen wir mal da runter. Kurz mal schauen, was es da unten gibt. Seltsam, Herr Ort. Krypten, oder was? Was ist das da? Geweckter. Sind die tot oder schlaufen die so? Da geht's was? Okay, mal bitte wenden. Ja gut, das kann man nicht lesen. Das ist, ja, unmöglich. Geh weg da jetzt, du Franzose. Okay, da können wir rauf gehen. Da können wir auch durchgehen, okay. So, was gibt's hier? Achso, wir hätten, achso, wir können unten und oben gehen. Okay, okay, verstehe. Ah, geh weg, Franzose. Ist das das Englern, das wir wollen? Was müssen wir tun? Kämpft. Ganz genau. Brüder und Schwestern, kämpft. Schließt euch uns an. Nieder mit der Königin. Nieder mit der Königin. Nieder mit dem Empire. Nieder mit dem Empire. Nieder mit der Königin. Nieder mit dem Empire. 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 Abschaum nennen sie euch. Eine Schande für das Empire. Ich sage, das Empire ist eine Schande. Okay, gehe durch die Gasse. Äh, ja, ähm, nieder mit der Königin, nieder mit dem Empire. Ja, genau, ja, äh, ja, geht scheißen. Da durch, okay. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es gefällt euch. Es hat mir ja schon jemand geschrieben und ja, ich werde es auf jeden Fall durchspielen. Ich hoffe, solange diese komischen Wölfe da nicht kommen, äh, das war ja echt schon schlimm. In Part 3 war das. Ich habe mich, ey, ich habe mir echt schwer getan. Das hat man eh gesehen. Aber ich gebe mein Bestes. Ich bin jetzt nicht der große Shooter hier. Äh, ja, aber natürlich. Ja, okay, gut. Mit diesen Worten vielen Dank fürs Zusehen. Und wir hoffe, ihr seid in der nächsten Session auch dabei. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.